um die Jungen die Dammt herrn ganz herzlich willkommen zu rotos bei Prozent hallo ich ach so ja ich wollte Kontrolle umsteigen so ja eine Woche so vergangen und los geht's in die Apokalypse so hoch kurz gucken da ich das nur einmal die Woche spiele verheirte sich auch manchmal die Steuerung aber ich geht so weit müssen wir den überhaupt machen da oben ist man hin wer geht das noch mal hallo das wollte ich ja nicht hallo nein äh 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 k ä ä ä ä ä das ist nicht ruhig ich schwör doch da will ähm 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 wie ging das nochmal? hab ich blöde? äh nein hm ach wie ist das? Alter, ich bin so rhythmisch, ey naja mach ich mal schön dort, weil die mir auf den Sack gehen aber die halten echt verdammt viel aus guck mal, er sagt auf Wiedersehen ich glaub der lebt nicht aber der lebt nein nein, das ist ein Kerl, der schreit so, erstmal machen wir was trinken ich weiß, wir haben eine Flasche mit, aber äh, die Flasche will ich mir aufheben da ist noch ein Pfeil äh, kommen wir nicht ran ähm ja, hier rufen wir jetzt mal so oh gib mir meine Pfeile wieder, du Schwanz ja, da brauchst du nicht so komisch zu arbeiten wow nein, ah ah, das mit den A drücken, alter ah, die kommen da runter? Null, Null ich will Pfeile wieder her, aber da, ey so, hier müssen wir nämlich hin äh wir sind schon abgeschlossen, herzlichen Glückwunsch äh 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 ich will den überhaupt töten ich weiß es nicht, aber ich hab mich jetzt mal gekillt so die Dinger haben wir jetzt neue gestartet bringt auch nur eine Schwein, wir nix haben zum Aufladen äh, warte mal für den Affen, ich noch mal bringen äh äh okay, ist richtig eingestellt äh, jetzt müssen wir wieder mal zum Käfig Zinderella ah, ich werde mal nicht hier oben macht näher typischer Goldsuffer so, Ressourcen und so alles oh ne die sind viel äh, ich glaub hier muss ich lang äh, ich glaub die laufen mir ewig hinterher äh 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 vielleicht sterben die ja nach 800 Schuss äh 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 aber dein werk ist nicht getan. ich brauche ihn. Du musst mich helfen, zu den Medikamente zu nehmen. Ich sollte dich beobachten, wenn du mit den Zombien getragen hast. Sind Sie bereit? Hier geht's. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde es machen. Das schaue ich schon. Hauptsache, der schreit... Oh, ne, ne, hier auch rumzuschreit. Steine die schreit. was ist das kommen da erstmal 80.000 stück alter was soll der scheiß ihr spinnt wohl alter ich brauche dir meine bessere knarre also ich brauche ein Maschinengewehr oder so komm an, geh an! Indrücke ab, passiert nix, ey. Da musst du ja echt schnell sein. Boah. Warte mal, ich muss mal was essen. Ach. Ach nein, das war nur Hunger. Scheiße. Ach, ich Idiot. Ähm. Ähm. Ja, da hab ich grad nicht aufgepasst. Ach, scheiße. Ähm. Ich wollte auch was, äh, jetzt kommen wir ausrüsten. Ähm. Ja. Das ist das hier essen. Ah, das ist auch nur Hunger. Ey, sag mal, bin ich bescheuert. Hier, das hier. So. Boah, Junge, ey. Wow. Alter. Na ja, die wurden schon so gemacht, dass die schneller sind als wir. Sonst wär's ja zu einfach. Ja. Oh, das ist doch. Oh, dass die zu viel brauchen, das ist... Oh. Warte. Henry ist tot. Wir werden ihn verlieren. Sein Herz ist bereit zu stoppen. Du musst allein gehen zum Krankenhaus. Ey, ich hab drei mit. Äh, ich hab doch einen. Da, hier. Da ist er. Hallo. Was? Schnell war das nicht verarschen? Ich hab mich mal zwei Sekunden gebraucht. Steh auf! Oh, Henry. Du hast mich schraubt. Ja, ich hab's erwischt. Oh, mein Gott. Ey, das bringt immer schön Essen. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viel Schuss kriegen hier. Ja, ich liege überall Arme rum. Das sieht voll lustig aus. Henry und ich weh dir ein Geld von Gratitude. Without you, wir wären totes Fleisch. Der Gedanke, von einem infektiven Henry, hat mich nicht erschöpft. Danke. Entschuldigung. Ich wusste, dass ich mich gar nicht einmal zu erinnern habe. Ich bin Dr. Miller. Und du hast gerade Professor Henry Robinson gewonnen. Schön, dich zu treffen. Unsere On-Site-Kollegen haben uns nicht zu antworten. So unsere Organisation hat uns hier entschieden. Wir sind hier in ein paar Stunden. Wir wissen, was passiert. Unsere On-Site-Team hat sich komplett verletzt. Wir versuchen, die zweite Team auf der anderen Seite zu erinnern. Aber der Motor in der Plattform linking beide Islands ist verletzt. Vielleicht kannst du uns wieder helfen, indem ich den Motor wiederholst, während ich mich stabilise Henry. Danke. Die Plattform ist auf der Beach, hier. Ich glaube, der Hauptgeber der Motor ist verletzt. Ich brauche dich für eine Gearbox. Du solltest du genug Fahrzeugen finden, in guter Zustand. Wenn du die Gear wiederholst, dann in der Plattform's Motor in der Motor wiederholst. Oh, ja. Eine letzte Sache. Wenn du in der Stockraum nahe der elektrischen Panela musst, hast du vorhin aktiviert. Sei vorsichtig. Es ist ein Mann da drin. In einem Feuer-Proof-Suit. Also nicht erwartet, dass du ihn verletzt oder seine Protektion pierst. Du musst mehr, sagen wir mal, kreativ sein. Vielleicht... Ich weiß nicht. Elektrizität? Henry, wir haben uns nicht über Elektrizität gedacht. Finde drei Zahnräder und baue ein neues Getriebe, um den Motor der Seilwand zu aktivieren. Mhm. Erschätzt mal hierfür. Mhm. So. Okay, wie sieht's aus? Gesundheit, bla bla bla. Ja, wo zeigt der an? Da, wo die drin waren. Da ist ein Mann mit Feuerschutzanzug. Stichwaffen und Feuerwaffen können die nichts anhaben. Da müssen wir kreativer sein. Da brauchen die immer viel. Muss ich mal überlegen... Wissen auf! Inkommen! Ich muss was am besten machen. Hier soll einer drin sein? Gucken was hier überhaupt noch drin liegt. Ist da auch ein Pfeil? Ähm, okay. Sonst liegt hier anscheinend... ... nichts drin? doch hier wird das voll der hat mich doch geschnuppert wir haben genug das können wir anziehen ja dann können wir nämlich das fleisch braten und zwar moment 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 wo war das ist das große kabel kann man was machen nein wo ist das hässliche fleisch hier oben da so da haben wir zweimal gekocht und das lassen wir so ich mache das nicht mit pilze oder so vermischt weil dann gibt es nämlich nur noch hunger 100 prozent und auch die normalen hat wenigstens noch 25 gesundheit also ach stimmt eventar voll ich bin was geht die leute ab weiter bis sich doch mal Lusi du Lusi Kontroll okay wir müssen auch was äh ich mach mal Pfeile ach geht gar nicht eventar voll kann man auch was machen nein kann man irgendwas kombinieren ja feilen lassen äh so nein so ja da haben wir doch wieder zweimal schon Platz jetzt haben wir 100 Pfeile und äh die sind auch ein bisschen stärker siehst du oder seht ihr und die kann man wieder aufsammeln zwar kriegt man nicht immer alle aber äh die meisten äh unterstürf können wir das nicht benutzen ich musste langsam mal so nichts hier raus ja drei Teile was wollte eigentlich nochmal der Affe ah ah jetzt verstehe ich nun auch wie das funktioniert hallo ach so und kein Nistow voll Wasser ja wir haben eine Flasche Wasser aber ich glaube das will der nicht wir sind in der nächsten Folge Ciao hallo Vielen Dank.